recht herzlich willkommen zur 27 folge von faktorio ja suchen wir mal rein hier und dann gucken wir mal dass wir dort weitermachen wo letzt mal aufgehört aber ach so wir waren ja hier mit der forschung unterwegs rote und grüne tränke rote tränke kommen da wo sind die grünen tränke wer macht die grünen tränke hier oben werden ja da werden sie produziert können bei mehr sein das heißt wir müssen noch mal so ein teil machen roboter fließbänder kommen da rein wo gibt es die roboter gehen hier lang und fließt bünder und hier lang das heißt vielleicht kann man das hier hinstellen müssen ein teil bauen können wir nicht was fehlt uns elektrische bausteine f drücken dann müssen wir hier haben aber andere richtung gucken so geht schon so und dann müssten wir das hierhin bauen geht das wohl ich will es wochen oder da die einen nach da müssen wir dann müsste er eigentlich da an die roboter kommen so dann brauchen wir noch so ein roboter oder zwei sogar zum drauf tun und runter machen so aber erst mal auswählen was wir bauen wollen grüne tränke waren nass die sind hierhin da gut und dann die roboter eingesetzt ach so dann machen wir drei glaube ich gehen dahin die fließbinder sind hier dahin und das bedeutet noch einen mehr bauen da war das wir brauchen noch einen zum ablegen aber der legt falsch ab sehe ich gerade weil hier kommt es nicht so gut ist aber das läuft ziemlich schlecht sehe ich gerade weil hier kommt es nicht so gut aus jetzt müsste das gehen oder sieht gut aus er kann noch nicht ablegen weil es da so voll ist so roboter nehmen wir da fließbänder sind hier auch drauf naja aber das läuft ziemlich schlecht sehe ich gerade weil hier kein kreislauf ist dann würde ich jetzt fast vorschlagen dass wir hier noch so ein verteiler machen den war nicht machen können weil uns wieder elektroteile fehlen so ein verteiler haben wir jetzt und da geht er drauf dann muss er da wieder runter gehen einmal hier weg dann den dahin so und so 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 einmal hier rüber laufen und ne da war falsch so ist richtig so und dann sollten die auch wieder rüber kommen oder so sieht gut aus eigentlich oder der packt ab ja ja ich hoffe das funktioniert so wie ich es vorhab so wir forschen auf allen stationen das ist super ja ja was haben wir hier noch rote ne grüne waren hier die laufen was haben wir hier rote da ist ein bisschen knapp mit zahnrädern ne was haben wir hier nochmal rote auch zahnräder aber da wegen den zahnrädern steht er hier ne so ja zahnräder sind zu wenig und die kamen von dort oben ne hier werden sie produziert und da werden sie für bänder gebraucht und haben wir hier nicht auch noch welche her das heißt wir bräuchten noch eine produktionsstätte mehr hm wie machen wir das denn jetzt hier noch einmal zahnräder kommt hier vorbei was ist denn hier los eigentlich da ist ein roboter der da gar nicht sein muss oder können wir noch einen bauen von diesen dingern nö da fehlen uns zahnräder und eisenplatten jetzt glaubt dran dazu kommen oder zahnräder muss es ja eigentlich hier geben ne da ist zum beispiel eins oh forschung jetzt zu ende super aber ich sehe grad hier unten stehen noch zwei roboter oder oder nehmen wir die doch ne achso ich brauche keine roboter ich brauche ja die dingens schnell haben wir es gekriegt ja jetzt muss ich nur gucken ob ich das noch hinkrieg nein da fehlt noch fünf eisen zahnräder fehlen und eisenplatten fehlen auch noch ja jetzt jetzt brauchen wir noch die eisenplatten und die kriegen wir hier auch da unten wahrscheinlich in der kiste ne so jetzt brauchen wir davon ein und den brauchen wir hier oben hin oder aber wo hat dieser frosch im hals zahnräder kommen da oben vorbei und da oben kommen auch dingens vorbei das muss ich dann noch hochlaufen gut gut und und dann müssen wir noch gucken was wir da bauen nämlich die zahnräder da zack zack läuft so so was war das grüne tränke ok die kiste geht nicht mehr ja was ist hier unten passiert hier ist irgendwas falsch gelaufen habe ich jetzt da was weggenommen oder was wieso war das jetzt hier so weiß ich auch nicht keine forschung also wir müssen wieder welche aussuchen alles klar wir wollen das dafür müssen wir das forschen ok richtigen weg ok da fehlt was was fehlt denn da rote tränke fehlen da ok wir haben erstmal fünf hier aber insgesamt sind rote tränke zu wenig dann ok ja wo werden die produziert hier oben links ne da oder ja haben zahnräder fehlt das da hier waren auch welche oder ja zahnräder sind mangelware aber die haben wir ja gerade erst aufgeforstet da kann ich ablegen und wie es hier das ist aber jetzt doof warte mal da ist so viel kupfer drauf mach den mal bitteschön weg eisen ist natürlich auch so eine sache er hat abgelegt jetzt geht es wohl wieder und hier zahnräder packt da einer nicht rein oder was warte mal was machen die dann und was ist das hier ach der kann ja nichts reinpacken aber hier guck mal warum packt der da rein warum packt der da rein der ist da falsch ne krieg ich denn da jetzt zahnräder rein das ist ja auch doof hier ne da muss der woanders hin wo ist er da ist er der muss ein tiefer ach da oben war noch ein Roboter ich pack den mal da hin ach der packt von da da rein nee oder was haben wir denn da jetzt gemacht grüne nee rote oder kopf und zahnräder alles klar ja das ist aber komisch jetzt ja dann muss er da nochmal weg dann muss er wieder richtig hin rote und rote die zahnräder müssen wir noch rein dann müssen wir anderen Roboter haben wo sind wir jetzt die Roboter bitteschön also bei transportmittel da fehlen auch zahnräder zum bauen interessant und es kommt natürlich kein zahnrad ne so ist das so richtig? ne das war falsch achso der ne der packt schon aus dann heißt der muss einpacken das heißt auch der kann weg jetzt müssen wir irgendwann mal ein zahnrad hier vorbeikommen und das ist schon eine Schwierigkeit ne? vielleicht setzen wir den ein tiefer vielleicht setzen wir den ein tiefer ne richtig rum war das schon leider kein Strom super aber hiervon kriegt der kein zahnrad oder doch gucken da kommt ja gleich eins ne da kommt er nicht dran, na schade wenn ich den aber einen weiter nach da setze ne? könnte das klappen? jetzt? ja geht super aber jetzt müsste hier auch produziert werden, tut es auch so jetzt werden die roten Tränke hier sicherlich ne? so nimmt er jetzt sicher ja ok dann geht das auch voran das passt dann ich hoffe wir kommen damit voran das ist hier was was wir rausnehmen sollten nicht wirklich jetzt und wie sieht es hier aus? das ist auch nicht was wir rausnehmen sollten vielleicht doch das hier die Munition nehmen wir dann mal aus und in der Kiste ist keine drin oder? ja und dann gehen wir mal hier hin und packen hier die Forschung rein komm die können wir auch noch dazu packen läuft rot wird abgenommen läuft jetzt aber auch schon durch da auch und er kriegt auch und dann haben wir schon 3 am Laufen jetzt ist natürlich die grüne wieder knapp auch ja zur Zeit läuft es ne? soll man dieses Förderband irgendwie auch noch im Kreis laufen lassen? hm müsste man mal überlegen ne? die dritte Forschung geht nicht ich guck da rot fehlt, es fehlt einfach in rot warum wird rot nicht gemacht? weil Zahnräder fehlen genau so ist es der hat gerade ein Zahnrad gekriegt das heißt wir müssen noch mehr Zahnräder produzieren haben wir doch hier oben gemacht oder? Eisenplatten es kommt zu wenig Eisen nach aber Eisenplatten sollten nicht das Problem sein, oder? da haben wir doch irgendwo ganz viele da 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 packen wir hier rein, ne? da packst du jetzt aus und da können wir das gleiche in grün machen so, jetzt kommen Eisenplatten und Maß dann können auch wieder Zahnräder produziert werden, ne? sieht gut aus was macht der denn hier? der nimmt auch Zahnräder, okay für Fließbänder, okay der nimmt nur Eisenplatten runter und macht Zahnräder gut, Zahnräder laufen jetzt auch mal, oder? ja, auf jeden Fall mehr die Forschung läuft nur mal in einem jetzt fehlen die grünen wieder oh man, ey hier grün? nein, der war rot, da ist grün da fehlen Roboter Roboter, die waren wo waren die Roboter? die laufen hier auch lang Elektroteile Kupfer, Draht Audition, wo sind die Roboter? hier da fehlen die Elektroteile okay, da müssen wir die wieder vorbeischicken, ne? also müssen wir das mittlere Band doch verbinden nach außen gut, das ist dann die nächste Aufgabe für die nächste Folge aber ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann, tschüss!